Ich werde oft gefragt, wie macht man das Beste aus einem billigen Anzug? Jeder Anzug von der Stange ist erstmal das hier, eine Baustelle. An die Arbeit. Billige Anzüge erkennt man zuverlässig an langweiligen Plastikknöpfen. Also schnell zum Schneider des Vertrauens. Und hochwertige, kontrastreichere Knöpfe kaufen. So wie diese hier. Am besten aus echtem Horn oder Palmut. Macht sofort einen Riesenunterschied. Und wenn man schon mal beim Schneider ist, gleich auch die Passform prüfen lassen, dass das Jackett richtig sitzt und nicht schlabbert. Und auf die Kleinigkeiten achten. Bei billigen Anzügen sind die Ärmel oft zu weit. Egger machen lassen. Sodass man das Licht sieht. Und auch die Ärmel länger anpassen lassen. Mindestens ein Fingerbreit-Manschette sollte immer zu sehen sein. Und wo wir gerade dabei sind, mal Doppelmanschetten probieren. Die können einen durchschnittlichen Anzug auf die nächste Ebene heben. Bei den Manschettenknöpfen aber bitte nicht die Nerven verlieren. Sie sind ja schließlich nicht bei der Mafia. Oder? Sind ja immer noch hier. Ihr Schneider wartet. Los, los. Can der Straße. Schiffschdr Schiffschdr Die zeige. Die Zakischato. Die.